Und hier sind wir auch schon wieder zurück, Lego Harry Potter, Jahre 1 bis 0, mit Edi und den Magos, klar, ihr hört es an der Stimme, man sollte die Erechte immer mal wieder den Ton ausschalten. Ja, mein Gott, ihr seid ja krass. Oh, wir müssen wieder hinten, hier, Story. Ich mache ja Let's Plays erst seit gestern. So kommt es einem vor. Oh, das macht halt den Charme, dieses schlechten Gunner als uns. Genau, genau das macht uns so authentisch. Scheiße Pflanze, nein, du bist Ron. Ron darf ich nichts. Weil du Ron bist. Arschgeld, Arschgeld, Arschgeld. Oh ja, ja, Arschgeld. Du bist auf so viele Artenweisen eklig. Nein, wir müssen auch mal ein bisschen an unsere Zielgruppe gerichtet spielen. Ja, jetzt werden wir fliegen. Ach, dieses Ding, das ist ja... Erinnere mich. Hey, ich kann mich an alles erinnern. Nord. Der einzige Gag, den sie 1 zu 1 aus dem... ...weinnehmen konnten, oder? Ja. Und natürlich, wer kriegt es jetzt in die Hände? Der, der es nicht in die Hände kriegen darf. Der hässliche. Mit dem weißen Haar. Boom. Ich muss jetzt wieder den Helden spielen. Wie fliege ich. Ja, du kannst nicht fliegen. Das ist das Lustige. Warum kann ich fliegen? Weil du es nicht kannst. Doch, guck. Ich komme noch höher, oder? Das ist aber doch dumm, ich will auch fliegen. Ich bin eine Ratte. Wie soll denn eine Ratte irgendwas ausgraben? Ratten sind Ratten. Die krabben sich auch nicht. Lüb mir im Maul. Hier ist Geld. Warum bin ich denn jetzt auf einem Flieger? Wie gut gelandet. Keine Ahnung. Wacht der Shit, Mann. Der fliegt weg. Warum fliegt der weg? Bleib komisch. Eiskern. Pisser. Guck mal hier, der stirbt gleich. Der ist gleich tot. Ich habe eben von den Tricks. Ich habe jetzt keine Tricks gemacht. Ich habe es einfach nur dumm. Das waren Tricks. Guck mal, überall Blümchen. Jetzt sind wir endlich bei dem Art angelangt, wie eigentlich unser Spiel ja brauchen sollte. Für Kinder. Für Kinder. Und Inder. Oh, ich habe die Blume kaputt gemacht. Du bist auch ein Mann. Oh, wer ist das? Wutz. Ach stimmt, das ist Wutz, der Torhüter. Das ist Holz. Und jetzt sieht er es und er denkt, oh mein Gott. Ja, das macht er es. Du bist jetzt noch so die Haare zur Seite. Ja, und versauen. Also das ist schmarr. Wutz, nehmen Sie ihn. Rune Sticks, oder? Ich will den Geschleitern. Ich will auch fliegen können. Nein, kannst du nicht. Kann ich erst, ähm, Wann? Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also Ron kann es dann irgendwann, aber, äh. Ich glaube, Hermine lernt es in den Spielen nie. Das lernt es erst in 5 bis 7. Ich wollte mehr, 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 äh, mehr, mehr Geld. Mehr Geld. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Kinds gerechnet. Genau, deswegen, äh, bringen wir Ihnen jetzt bei, dass Geld, äh, die Welt glücklich macht. Es ist ja auf so viel Kind gerechter. Ich habe eine Taube gefunden. Und du bist dumm. Ich wollte, dass, ähm... Jetzt war ich dumm. So, wer ist jetzt dumm? Da können wir einen Stärke tanken, mich nixen. Ich bin Harry Potter, ich bin dumm. Können... Oh, 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 oh. Okay, können wir einen Stärke tanken, mich nixen. Ich habe irgendeinen Degen gefilmd. Und Pilze. Kann Pilze sammeln. Und ich werde das genettet werden. Ich will nur noch zwei Mal. Fliegenpilze sammeln, da hat sich keiner vergiftet. So schön, der Gag von Rati Bob. Rati Bob E, ein super Sender. Ich höre auf, Werbung zu machen. Ich darf das. Ich habe mich ja blinden lassen. Ich bin ein Penner. Ich trage doch schon eine Brille. Warum sind wir noch nicht? Weil ich kann. Und look at the... Oh mein Gott. Das ist ein Curly, bro. Eigentlich nicht. Ich trinke. Ich will auch trinken. Werde Amts? Ich bin der Säufer. Ja, guck ich jetzt auch gleich. Und ich mache jetzt mal ein paar Liegesprüsse. Aber ich bin schneller. Hopfer. Tor. Wuuuuh, zwei Punkte. Äh, gibt's ja nicht drei? Da gibt's auch drei. Ist ja nur zwei Punkte hoch. Ähm, wenn du in dem... Ding drin stehst. Oh ja, Harry Potter ist f... Oh, faktisch. Du kannst da nicht rüber, glaube ich. Müsst mir den Besen geben. Ich wollte da gar nicht drauf. Ich wollte Harry Potter werden. Sag mal, warum wechselt der denn als... Äh, Penner? Nein, du bist doch ein Arsch. Nimm wenigstens tausender da oben mit. Das war ein bisschen mehr als ein. Oh, schöne Farben. Äh, guck mal, ich kann nicht die Brücke aufbauen. Natürlich, du kannst dann wieder die Brücke aufbauen. Natürlich, ich bin die Hauptperson von dem Spiel, Mann. Ja, aber auch nur, weil du dich immer auf die Hauptperson fängst. Du musst dir nie, nie mir mal Spaß lassen. Du kriegst die wesentlich hübschere Fräulein, also halt die Bresse. Ja, schaltes abgelegtes Spielzeug. Das ist ja halt abgelegtes Spielzeug. Haltes abgelegtes Spielzeug. Haltes abgelegtes Spielzeug. Haltes abgelegtes Spielzeug. Ich hab hier ein paar Pflanzen, die da vernichtet. Damit Peter uns auch weiter im Toll findet. Tierschutz und sonst wie Organisationen. Ich hab jemanden seine Haare geklaut. Ich hab's sauer gemacht. Oh, du hättest in Aura, Mann. Ja, jetzt geh doch mal aus dem Weg, du Scheißdugel. Ich kann auf dem Kürbis reiten. Ich kann auf dem Kürbis reiten. Nein, 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 nein. Das waren diese Steine, wo sie sich im Treier hochverlegen. Ja. Warum? Weil ich auf dem Kürbis durch die Gegend reiten kann. Nein, 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 nein. Gott, meinst du mir in Brasil? Nichts gibt's Spiel, wo Brasil. Ach, scheiße, Mann. Hui. Guck, ich hab... Oh, ich bin ein Gott. Was ein Goldprick. Catch it if you can. Oh, da ist mehr Gold. Warum retten da einer mit der Schlange durch die Gegend? Ist mir den nicht ganz normal. Warum sollte denn jemand in Brasilien sein, wenn man der Schlange durch die Gegend reint? Da ist er King. Oh, was mach ich da, was mach ich da? Auf jeden Fall hab ich grad einen Stuhl im Brasil. Ich hab die Regenwolke. Ich hab die Regenwolke. Fuck this shit, wenn ich kann die Mädchen. Du hast echt schon einen Schaden. Ich renne hier, na gut, ich bin auch nicht besser. Ich renne hier als mit Haaren durch die Gegend. Das könnte man schon irgendwie als psychotisch bezeichnen. Ich renne hier die ganze Zeit mit Haaren durch die Gegend ran. Gegen seinen Fetisch. Verdammte... Schön, dass das ein Kinderspiel ist. Nicht mit mir. Wir müssen Karotten finden. Ah! Ah, die hauen hier auf. Okay, ich hab die Möhre gefunden. Ah, zwei Stück. Noch eine Möhre? Ich denke, es muss noch eine sein. Ich hab mir vor. Ich hab mir vor. Ich hab mir mal Pilze. Erstmal Pilze. Ja. Hier müssen wir eine. Okay. Ich hab hier mal diese Schlingpflanzen da mal weg. Was passiert eigentlich, wenn ich hier diese ganzen Schlingpflanzen muss? Nein, ich hab mir noch einen Kapseln gebraucht. Wo ist denn jetzt dieser... Ah, da ist die letzte Möhre. Wo ist sie jetzt? Was kriegen wir irgendwo? Percy Weasley Unlocked. Oh yeah, noch so einen Iren. Ich wollte Rassist. Ich bin kein Rassist. Was kann ich denn dafür, wenn jeder ihre Podare hat? Nicht jeder. Ja. Wie im nächsten ist auch Irwin, hat keine Ruhmahre. 0,2% haben keine Ruhmahre. Cool, wir lernen Quidditch. Du lernst Quidditch, ich kann ja nicht mal lieben. Tja. Selbst schuld? Wie selbst schuld? Ich wollte nie Ronald Weasley sein. Ich wollte nie der Wuthauge geben. Und nein, ich bin nicht. Du bashing von deiner Seite aus. Ja, wenn du die ganze Zeit auf so einen rot-haarigen Spacken gucken musst, dann müssen wir das auch irgendwann rausgehen. Guck mal, ich mach mir Flacken. Guck mal, ich hau die gegnerische Mannschaft zu. Ich hab einen neuen Charakter. Katie Bell. Also, Katze Glocke. Und hier haben wir noch... ...Warte mal, Fathil. Die gibt's aber jetzt nicht so. Die gibt's aber in Doppelpart. Ja, die Fathil-Schwester. Hier ist hier mit einem Persil-Schwester. Ja, und hier sind da mit ein bisschen was. Guck, hier sind Besen. Dann helf ich mal dem Persil-Schwester. Guck, guck, guck. Die machen ja so was cooles. Naja, so gucken wir jetzt nicht. Schade, der Kletter kommt noch ein bisschen mehr. Okay, wie kommen wir an diesen Persil-Schwester da rein? Hier. Wir bauen ein Plakat. An den Sprungtuch. Auf Persil-Schwester. Schwester in Persil. Das war jetzt auch viel gefährlicher eigentlich als von der... Wahrscheinlich. Was sind das? Anderthalb Meter? Ja, vor allem ist er danach viel höher gehüpft. Also, ja. Coolsprünglich hätte fallen können, ne? Genau. Oh ja. Mein Gott. Er ist ja schon im Persil. Aber da oben gibt's irgendeine Kugel. Da brauchen wir einen Besen. Da gibt's irgendeine noch Besen. Ach, hier komm ich hoch. Nein. Ich komm da hoch. Lass das. Ich bin der Held. Ich war das nicht. Das war die Hermine. Kommt das auch irgendwann wieder runter? Was macht das? Gebt mich mal hoch. Nein. Hui. Wer fluchte? Du bist dumm. Guck mal, ich hab ne Murmelbahn. Wie geht das? Das ist doch der Quoffe. Oder wie ist er? Der Rote. So, der Harry Potter-Nerd. Schreibt's in die Kommentare. Goldprick gesammelt. 19 von 200. Jetzt machen sie sich von 200. Oh, 20. Ja, vor allem, was bringt einem eigentlich die Goldpricks? Die Rapstones kann niemand verstanden. Ähm, die kriegst du am Ende kannst du dir Sachen daraus produzieren. Das war's in Lego Star Wars 2. Okay, hier kann ich mich verkleiden. Okay, hier kann ich mich verkleiden. Ich will schon auch verkleiden. Äh, ich will noch ausschaffen. Ja, ich bin mit meinem Arm noch keiner verkleiden. Ja, wir werden noch Geld zu holen. Wie komm ich denn da hoch? Scheiße. Ach, ich hab's geschafft. Was ist das denn? Ähm, das ist das Pult. Was drückt das da? Muss doch irgendwie. Ja, da müssen wir, da kriegen wir irgendwann, genau in dem Cut-Off gibt's die Ohrenschützer dafür. Die werden irgendwann freigeschalten. Im zweiten Jahr kriegen wir die Ohrenschützer. Die sind gegen die Ohrenschützer. Die sind alle rauchen, weißt du? Die sind alle rauchen, weißt du? Ich will jetzt mal Quidditch hier. Du machst da gar nichts. Ich will aber sehen. Wir gucken. Kannst du da noch zugucken? Ja, verdammt, das scheiße. Ne, ich glaub wir können beide nur zugucken. Ich glaub wirklich, Quidditch spielt keiner von uns. Warum? Ich glaub wir sind... Ich will da so auch, das ist das doch quasi mein Charakter. Wir sind, glaub ich, beide nur die Unterstützer sind und versuchen Harry zu retten. Kann es nicht sein, dass wir hier... Ich glaub ich sag's... Warum spielen wir, dass unsere Mannschaft, also die Roten da, Piffen doors fast mehr als 50% Frauen sind? Was ist das? Ne, das sind so drei, so wie Jäger. Ich glaub ich. Jäger. Das war früher noch ein Minna. Jäger. Tada. Stuttgart. Ich bin Harry Potter. Haltungsnoten. Haltungsnoten. Harry Potter. Schmerz. Ah, schöner Film. Hunger, 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 Hunger. Oh, Solomeo, ah. Ach stimmt, wir müssen jetzt... Snape. Snape müssen wir jetzt in Brand stecken. Obwohl der ja eigentlich hier noch gar nichts davon kann. Katniss. Und weil sich von seinem Lieben aus dem nicht täuscht macht. Wir müssen Flaggen wieder sammeln, ne? Ich sammle grad eine Flagge. Ich mach ja auch mal ein bisschen krachen. Na, warum kreischt du mir an? Du musst doch länger weggeteilt. Nein! Weil du eh runterfällst, so wie ich gerade. Guck mal das. Ich hab meinen Traumberuf gefunden. Ich werd Kistenschlepper. Nepper, Schlepper, Kistenfächer. Nepper, Schlepper, Kistenfächer. Oder so ähnlich. Boah, ähm. Der hatte eine Durchschlagskraft. Kann nicht fliegen. Guck, ich komm da irgendwie rüber. Siehst du, ich komm da irgendwie rüber. Ich komm nicht da rüber. Gar nicht. In der Besen kommt der Züge wieder rüber. Lass mich doch mal auf den Besen. Guck, guck hier. Voll die Tricks. Tricks? Der kann sich grad so festhalten. Das war ein Trick. Das war so mal abgestimmt. Boah, komm. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Ich bin arm. Was für Werte wir hier den Kindern vermitteln. Werte? Who the fuck is Werte? 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 Ja, das... Wir können jetzt natürlich Hochbücher arbeiten. Es sind ziemlich viele Bücher, die hoch geschätzt werden, nicht so gut. Muss man leider behaupten. Als Hoch in der Tat nicht, sondern nicht gut. Ach, ich hab mich verlaufen. Weil es ist halt einfach nicht gut geschrieben. Du musst da unten noch was aufmachen. Ich lass mich mal hier oben gehen. Guck mal, dass... Jetzt können wir nämlich da hoch. Erstmal musst du daneben noch was aufmachen. Dann gibt's das Rote. Ja, aber ich will das dann dieses Ravenclaw Ding. Dann werden alle... Das geht nicht. Ich komm nicht rein. Okay. Gut, dann müssen wir nach oben. Ich baue schon mal. Nein. Okay. Wollt ich auch mal nicht. Ähm... Ja. Das muss erstmal weg. Und dann Treppe raus. Au. Die nicht. Das Blaue muss auch erstmal weg. Wir brauchen erstmal das Gelbe. Das Gelbe muss da in die Mitte. Jetzt geht mal wieder weg. Und dann scheiß Treppe runter. Da muss aber keine Treppen bauen. Das ist kein Problem. Da muss das da rein. Ei. 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 Das ist aber... Scheiß Dreck. Arschlecken verdammt. Nimm mich so verdammte Schimpfwörter. Nimm mich so verdammte Schimpfwörter. Kacke. Wieder weg. Mal. Welches Teil hast du denn jetzt? Das untere. Schmeiß die mal weg. So. Weg damit. Die spawnen ja wieder. Meistens. Du musst blau da weg. Weg mit dem blauen. Abfall da. Gut. Dich bau die cooleren Begründen. Damit das klar ist. Wir kommen immer noch nicht ab uns zu. Doch. Sag mal. Jetzt baut er meine Treppe wieder auseinander. Was soll das? Leck mich doch. Meine Treppe war fertig. Mehr oder weniger. Ja. Dafür gibt's in, äh, gibt's jetzt die nächsten sechs Filme keinen Sex für dich, ja? Weil das klar ist. Du bist ja eh klar. Ich bin Hermine. Ich hab's in der Hand. Du bist ja klar. Ich hab's im Seinchenfilm schon Sex gehabt hätten. Vielleicht hättest du dich nicht so dämlich angestellt. Du kannst nicht lesen. Zu dumm. Zu dumm. Links! Rechts! Rechts! Links! Ich hab mir gemerkt! Falsch! Falsch! ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Ja, ja.